So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich bin zwar der EuroBoom36 und wir machen gerade die Nebenmission, die irgendwie ein Problem gerade hat. Was auch immer. Halt, hier ist ganz viel Blauglanz. Oh, hier ist auch eine Maschine, die mir an den Kragen will. Was soll das sein? Ich werde da oben. Ach! Jetzt treffe ich immer in automatisch die falschen Tasten. Langsam, langsam! Ich werde da oben. Ich werde da oben! Ich wurde da oben! Das war's für heute. Scheiß mit dem Draht! Hä? Wo denn? Äh, pfff! Da geht's nach oben, warte! Da komm ich so an dem blauen Glanz! Gibt's hier noch höher? Muss ja irgendwie... Oder auch nicht! Gibt's! 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 Hm, das kann ich wahrscheinlich noch gebrauchen. So, Rohstoffe. So, ja. So, ja. So, ja, und das еще. So, jetzt haben wir was, wah- Wronges ja, und das sind so. So, ja, C- Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, was mache ich jetzt hier oben? Die Maschine hat mich gesehen. Oh, jetzt kommen wir an die scheiß anderen nicht ran, weil der eine im Blick liegt. Hm, das wird zu schwer. Rohstoffe. Okay. 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 Ich denke, es ist so cool. So, bitteschön. So, hier wieder eine neue. Ja. Ich weiß. So, ich weiß. Okay. Okay. So, ich weiß. Wahnsinn. So, ich weiß. Okay. So, ich weiß. 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 Nicht. Ach, keine Ahnung. Ich mache jetzt meine ganzen Markierungen alle weg, dass ich irgendwie wieder auf den Weg komme. Oh, hier haben wir Blauglanz. Dieser Blauglanz wird irgendeinen Schamanen sehr glücklich machen. Okay. 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 Warte mal, wir können doch einfach... Oh, das ist ja so ein Fragment. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Rohstoffe. Das war's. 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 Das war's.